so leute weiter geht's mit gebrüll und mit metro exodus wir hatten uns mit der schnecke unterhalten ich gehe mal davon wie man im wald überlebt ohne ihn wären wir schon längst alle tot die mädchen kommen also täglich die jungs kommen auch manchmal sogar roman kommt zu besuch obwohl der lehrmeister damals wegen ihm gegangen ist die meisten von uns gingen den fluss entlang und nur wenige waren zum wachdienst im lager geblieben als wir zurück kamen war das lager von banditen überfallen worden der gedanke an den anblick tut noch immer weh ich kann das gar nicht in worte fassen na gut etwas geschickt dich interessiert was da unten ist wieso mal ein paar spinnenweben die man ansenden kann so ein krabbel fischer nichts zu looten hier die runde hüpfen oder was ja alte sauen hat ja nicht irgendwas mist vor der nase Ah, hier haben wir was. Hä? Guck mal, Alter. Der sieht nicht aus. Das haben wir ja schon mal. Das sieht nicht aus. Sowieso hatte ich auch was angesift hier. Das ist aber auch ein. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich bin bloß der Meinung, dass der direkte Weg nicht immer der beste ist. Hm. Wahrscheinlich muss ich hier direkt den Weg nehmen. Na, wo hängst du denn? Ich habe das Licht aus. Ey, macht das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Das hat mich jetzt schon wieder gebissen. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Oh. Oh. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus. Ich habe das Licht aus geschafft. Ich habe das Licht aus. Oh. So kann ich die hier umgehen. Komme ich hier irgendwie hoch? Ne, die nächste ist, dass ich hier irgendwie hochkomme und hier runter springen werde ich nicht überleben. Ne, das überlebt ich nicht, nicht da ohne Hüpfe. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich hier noch drauf geschissen habe. Das ist schon ein bisschen hier. Das ist schon ein bisschen hochkomme. Ach man, was ist denn das für eine Scheiße? Das ist schon, wenn ich hier lang komme. Die Kleine hat ja gesagt, ich soll sie alle am Leben lassen. Vielleicht kann ich das, wenn ich hier außen rum gehe. Ich würde sie ja lieber alle abknallen, kurz und schmerzlos. Ich kann gar kein großes Gerüse rummachen, abknallen das Gesindel. Ich werde sie jetzt um der Schuss in der Schuss zu tun. Töten, was mich töten will. Oh, da wach ich noch. Da wach ich noch. Ist der Feind gekennen weiß ich nicht. die schutz habe ich 50 schweiß egal was da fliegt muss man hier kistieren jetzt wird das auch noch helle das ist ein Mist das sieht gut aus auch da oben ist er noch eine Mistschlange ja und nöne oh fuck das sind zwei hier Naki rein und hau ihm eine ach jetzt sind wir an dem Punkt bleibe ich bei der Schrotflinte oder nehme ich die AK bestimmt da das habe ich jetzt gemacht ne ich wollte es doch wieder wechseln so wo sind jetzt die Beute oh nein ich will die Kiste hier aufhaben ich will die Kiste das ist das ist ein Wo ist das überhaupt hin? Nach links Oh Ach gut so ein Boot Jetzt sind wir wieder Hier 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 Ach, Mann. Das kommt nicht weiter. Das ist lang. So, hier rüber. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll. So schätzen wir gleich, werden sie mich hören. Da werden sie mir die Nüsse mitschließen. Soll ich hier rein? Ach du Scheiße, da ist eh noch. Wo soll ich denn hier hin? Wo soll ich denn hier hin? Ich muss hier irgendwie an Land. Wenn ich steile einbauen habe, dann wäre es einfacher gewesen. Hm. Hm. Ach. Scheltsame Gegend. Ich kenne den ganzen Wald wie meine Westentasche, aber trotzdem kann ich hier nicht entspannen. Oh Scheiße, da ist er noch. Da klotzt ausgerichtet hierher. Was? Hey, ist das ein Eindringling? War wohl nur Einbildung. Und wo sollte denn ein Eindringling hierher kommen? Ich muss die alle umbringen. Ja, da wurde alles geschaltet. Dann haben wir ja auch darüber. Dann haben wir ja auch ein Eindringling, wo muss ich mich ausgeschalten. Was? Da lief eher noch. ich schlafe besser ein wenig, denn es ist zwecklos hier herumzustehen. Ich habe keinen Schimmel, wo ich hin soll, nebenbei geht mir das Gefiebe hier auf den Sack. Es ist tot, Alarm! Die Banditen greifen an! Leute, lasst uns den Streiner suchen! Wir dürfen ihn hier nicht zwei rumlaufen lassen! Ihr habt zuerst geschossen, nur zu so mit, die Wünsche. Was? Der Eindringling, er ist hier! Wer schloss jetzt? Siehste, ihr habt zuerst geschossen. Der Eindringling ist hier, Leute! Da ist der Eindringling! Was zum... Da ist der Eindringling! Hm. Haben wir da nochmal nichts zu tun. Da ist der Eindringling! Hey, was ist da oben los? Leute, lasst uns den Streiner suchen! Wir dürfen ihn nicht mehr rumlaufen lassen! Was mich wohl schinnsäge. Kommt sofort raus, du Feigling! Oder hast du außer Hinterhalten nichts zu bieten? Ich sehe den Eindringling! Da ist der! Jetzt habe ich auf der Seite was aufgemacht. Ichzyka Der Eindringling! Da ist nicht ein ordentlicher! Es wieder Louisiana Isn têm nicht das? Es supp情geschr podría sein! Leute, da sind, los die Straßen! Oder hier? Ich sitze! Ich spiele! Es Combrennen! Wer ist das denn? DasShell Ärger! Ich hab's halt mit der großen Kelle. Was eigentlich noch jemand aus der Schüsse ist, das bin ich euch. Dann bring ich da halt alle um. Okay. Ach, da ist das Boot, was ich nehmen soll. Ich wollte mich schön an euch vorbeischleichen. Aber ihr Arschlöcher müsst ja mit Krieg anfangen. Ihr müsst ja mit Krieg anfangen. Müsst ihr auf mich wohl losballern, wie die Blöden. Und dann rumheu. Ja, hallo, 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 hallo. Auch mehr von euch Arschlöcher hier. Scheiße, wie komm ich drüber zu dem Boot? Wollen wir uns lang gehen. Wir müssen ihn nur finden. Nee, von unten. Ja. Das ist der Eindringling. Leute, der Streuner ist im Lager. Da ist er sicher, Streuner. Du entkommst mir nicht. Da ist er, dieser Eindringling. Da ist er. In dem Haus. Da ist der Eindringling. Der Streuner ist da unten. Du verdammter Eindringling. Nein, dieser Streuner. In dem Durchgang. Wenn ihr so weiter geht, werden wir alle noch sterben. Ihr werdet jetzt alle sterben. Ja, ich hab Krieg begonnen. Ja, ich hab Krieg begonnen. Ja, wie ein Zeh, wird Sturm ernten. Wo kam das her? Du Mistkerl. Oh. Ja, wie ein Zeh, wird Sturm ernten. So einfach ist das. Da ist ein bisschen Munition. Ja. Ich mach mich mal. Ich mach mich mal. Das war's. Das war die ... ... diese Gäste. in Ruhe gelassen. Oh ne, ihr müsst ja hier rummotzen. Seht ihr, was ihr davon habt? Lauter Löcher im Fell. Hier kann sich der Olle schalten, wobei die sind eh alle tot. Hier kommt es. Das ist die Leid. Ah, das ist nichts. Es ist ein Leidl. Das ist ein Leidl. Das ist ein Leidl. sie wollten es nicht anders ich habe mir die größte mir gegeben sie alle am leben zu lassen und die mussten rummetzen und da habe ich sogar noch eine zweite chance gegeben wo ich von dir gekommen bin haben sie mich ja schon beballert wie die verrückten da habe ich mich schon mit die blöden ballert ohne grund wohlgemerkt ich habe mich schon mit dem laden dann ist das ein werberer Ja. Da, was ist das? Was ist das? Was ist das, was ist das? Was ist das? Wicks pro Loch auf dem Scheißhaus. Das haben wir doch schon. So. Ach komm, jetzt hier. Fahre wir hier ab. Nichts lebendes mehr. Oh, warum das Boot so nach rechts zieht. Ich zieh es immer nach links. Ach, wer der Bagger. Was ist denn das jetzt? Kann ich aussteigen oder was? Ach, das ist die komische Fabrik. Dann komm mal drauf hier. Das ist die komische Fabrik. Und die kann ich mich auch noch undeutlich erinnern. Wissen wir nicht, was ich jetzt hier oben soll, aber egal. Ach, hat hier nicht auf dem Projekt noch gewohnt. Auch schon geteilt da auch war oder auch sowas. So. Ah ja, jetzt werde ich schon mal hier oben schreien. So. So. Oh, ich schleiche den da unten oben. Oh. 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 ja gut okay kampf im kampf unmöglich okay so leute ich hoffe ja viel spaß beim zuschauen und so an der stelle mal schüsse weg euer charakter an